Herzlich Willkommen zu die Sterne im Dezember 2021. Schön, dass du da bist. In den nächsten 30 Minuten möchte ich mit dir über die Sternenkonstellation sprechen. Die sind wirklich genial. Sie sind mega spirituell. Wir tauchen da jetzt mal tiefer ein. Und schau dir das Video unbedingt bis ans Ende an. Ich habe ein paar Überraschungen, die ich mit dir teilen möchte. Heute wirst du nämlich noch ein paar Geschenke von mir bekommen. Aber darüber mehr dann hier in diesem Video. Legen wir los mit der ersten Konstellation. Die Neumondkonstellation, die am 4.12. stattfindet, geht mit einer totalen Sonnenfinsternis einher. Überhaupt wird der Dezembermonat zum Großteil von der Schützeenergie geprägt. Die Sonne steht ja immer so bis zum 20., 21., 22. in einem Zeichen. Jetzt im Dezembermonat natürlich im Zeichen Schütze. Und danach wechselt sie in das Steinbockzeichen über. Und die Schützeenergie, die den Dezembermonat prägt, da geht es um Optimismus, um Zuversicht. Es geht auch um Glauben. Es geht ganz stark auch darum, im Bewusstsein zu wachsen. Das Schützezeichen, das zielt ja in den Himmel. Man kann sagen, es zielt zur Sonne. Es zielt zum Göttlichen. Es zielt eben über den Horizont hinaus. Und das ist etwas, was wir jetzt in uns aktivieren dürfen. Unser göttliches Selbst, unser positives Sein. Es geht jetzt darum, immer mehr diesen positiven Geist zu aktivieren. Klar, wir haben kollektiv einige Herausforderungen. Aber gerade wenn Herausforderungen da sind, können wir erkennen, wie stark unser Glaube ist. Und jetzt dürfen wir noch mehr im Glauben wachsen. Dass wir noch mehr in die Zuversicht gehen. Denn es wird für viele jetzt eine große Wende sich ereignen. Immer mehr Menschen werden jetzt im erhöhten Bewusstsein erwachen. Diese Sternenkonstellationen, die wir im Dezember haben, aktivieren. Den Aufstieg ins höhere Bewusstsein. Darüber werden wir heute noch tiefer und ausführlicher sprechen. Der Neumond eröffnet diesbezüglich einen Zyklus. Einen energetischen Zyklus. Wo es darum geht, dass wir immer mehr eins werden mit unserem wahren Selbst. Dass wir immer mehr im wahren Selbst, im göttlichen Selbst erwachen. Was uns helfen wird, sind Meditationen. Was uns helfen wird, sind Gebete. Was uns helfen wird, sind auch Momente, wo wir einfach uns mal zurückziehen, in die Stille gehen. Wo wir einfach mal loslassen vom Trubel, sag ich mal. Eine Zeit der Einkehr ist der Dezembermonat. Und gerade dieses Jahr werden wir diesbezüglich aufgefordert. Der Neumond, in der Nähe der Mondknotenachse, in Konjunktion mit Merkur. Diesbezüglich werden wir Botschaften empfangen von unserem wahren Selbst, vom göttlichen, von den Engeln. Wir werden jetzt mit dem Quadrat im Neptun, Neumond im Quadrat zum Neptun, auch immer mehr für unser göttliches Selbst uns öffnen. Ganz wichtig, dass du deine Visionen, die jetzt kommen, die jetzt stärker werden, dass du denen mehr Beachtung schenkst. Sehr, sehr wichtig, dass du auf die inneren Impulse achtest, die jetzt kommen werden. Überhaupt auch eine sehr heilsame Energie ist mit dem Neumond verbunden. Denn Sonne und Mond bilden ein Chiron-Trigon, also ein Trigon zum Chiron. Und Chiron steht für die Heilung. Und es geht vor allen Dingen auch, dass wir unser Herz öffnen, dass wir immer mehr in der Liebe erwachen. Und was uns helfen kann, sind Gebete. Dass du mehrmals am Tag dich ausrichtest auf das Göttliche und dich mit dem Göttlichen über Gebete verbindest. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Da wirst du in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten eine große Transformation erleben. Wir haben auch ein Sonne-Mond-Saturn-Sextil. Es geht nämlich auch um die Meisterschaft, dass wir unser Denken meistern. Dass wir uns ganz klar immer mehr positiv ausrichten. Und falls negative Gedanken auftauchen, dass wir in die Stille gehen und diese negativen Gedanken loslassen. Oder, was sehr gut ist, durch positive Gedanken ersetzen. Also still sein oder positiv denken. Das ist wichtig, dass wir zwischen diesen beiden geistigen Zuständen immer wieder pendeln. Also wenn wir schon denken, dann positiv. Vermeide negatives Denken. Das wird sich in einer erhöhten Energie bezahlt machen. Je mehr es dir gelingt, diese Negativität zu überwinden und in der Positivität zu erwachen, und in einem positiven Denken, da wird sehr viel passieren in deinem Energiefeld. Und du wirst immer mehr Wunder, du wirst immer mehr Freude, Liebe und Erfolg anziehen. Was wichtig ist, bei diesem Neumond eben die Zeit auch zu nehmen, Sonne, Mond, Quadrat, Neptun für die Impulse der Engel. Dass du dich verbindest mit den Engeln. Und diesbezüglich habe ich eine Meditation für dich. Unterhalb des Videos findest du den Link zu dieser Meditation. Kannst du gleich downloaden. Eine Meditation mit Erzengel Michael für energetischen Schutz und Kraft. Weil das ist ein Thema dieses Neumonds, dass wir nämlich lernen, immer mehr mit der geistigen Welt in Einklang zu kommen. Dass wir uns schützen vor den dunklen Energien da draußen. Das machen wir durch Gebete, durch Meditation. Und diese Meditation ist prädestiniert dafür, dass du dich schützt. Die ist kostenlos, gratis für dich. Ich stelle die jetzt für kurze Zeit gratis zur Verfügung. Deswegen trag dich ein in den Newsletter und ich schenke dir diese gleich zu. Also unterhalb des Videos findest du die Möglichkeit, dass du diese Meditation kostenfrei downloaden kannst und mit der dann auch einfach mal arbeitest, beziehungsweise sie anhörst und die Energien wirken lässt. Du wirst die Einflüsse von Erzengel Michael spüren und wirst einen wundervollen Schutz aufbauen und wieder stärker in deine Kraft reinkommen. Denn es ist so wichtig, dass du jetzt immer mehr in Einklang kommst mit dem Himmel, mit der geistigen Welt. Denn dieser Monat ist mega magisch. Überhaupt ist das 2021er Jahr ganz besonders durch das Saturn-Uranus-Quadrat gekennzeichnet. Wir erleben es dahingehend, dass wir immer wieder Einschränkungen unserer Freiheit erleben in irgendeiner Art und Weise diesbezüglich. Genau das ist ja das Saturn-Uranus-Quadrat. Schauen wir uns das mal einzeln an, dass es einfach übersichtlicher ist. Um diese beiden Planeten geht es. Die bilden das ganze Jahr über einen Quadrataspekt. 40 Jahre dauert so ein Zyklus. Der letzte Zyklus hat übrigens 88 begonnen. Ganz, ganz magisches Datum. 88, 89. Und schau mal, wo diese Konjunktion begann. Genau am Übergang vom Schützen zum Steinbock. Ich nenne es auch gern der kosmische MC. Es geht jetzt um die Berufung, die Bestimmung der Menschheit. Dass die Menschheit sich für die wahre Berufung öffnet. Interessanterweise begann auch zu dieser Zeit, energetisch gesehen, der Aufstiegsprozess. Und diese Konstellation, Saturn-Uranus-Konjunktion, diese Konstellation von Saturn und Uranus, war das ganze 88er Jahr, aber auch das 89er Jahr aktiv. Und fand genau am MC statt, beziehungsweise auch am galaktischen Zentrum, das so 27 Grad in etwa beim Schützen liegt. Das galaktische Zentrum, also das Zentrum unserer Galaxie. Und hier kommt eine hohe kosmische Energie, die jetzt innerhalb dieses Saturn-Uranus-Zyklus, und dieser Zyklus geht bis 2032, glaube ich, 33, 32 in etwa, also noch zehn Jahre, da wird diese Energie freigesetzt. Was ist passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Wie viel Veränderung ist hier passiert? Wie viel Veränderung hat hier stattgefunden? Und dieses 21er Jahr, jetzt ist eine Art Höhepunkt. 88, 89 sind Grenzen gefallen, sind Mauern gefallen. Und jetzt erleben wir die Konsequenz dessen, oder andersrum gesagt, es geht jetzt wieder, es geht jetzt wieder um Freiheit, wieder um Einschränkung, wieder darum, wie gehen wir um mit anders denkenden Menschen? Wie gehen wir um mit anders denkenden Menschen, mit Querdenkern, mit Andersdenkern, mit Menschen, die eben nicht mit der Masse mitgehen wollen? Wie gehen wir mit Randgruppen um? Riesiges Thema. Die Freiheit des Denkens, die Freiheit der Menschen. Und hier werden neue Lösungen eingefordert. Interessanterweise, wenn wir diese Konstellation von 88, 89 mal anschauen, dieser Zyklus, der hier begann 88, der ist eingebettet in einen größeren Zyklus mit Neptun dabei. Und diese Konstellationen, 88, 89, 90, 90, 90, 92, da so eine magische Energie freigesetzt wurden. Ein 700-jähriger Zyklus erneuerte sich. Also das letzte Mal hatten wir diese Konstellation 1307, 1308 und davor war das Jahr 623 in etwa. Das sind immer Epochenschwellen. Diese Daten sind Epochenschwellen. 1307 begann die Renaissance in etwa und überhaupt, ganz wichtig, was Mittelalter anging, will da jetzt gar nicht zu sehr reingehen, der Zyklus davor begann quasi das Mittelalter und auch islamische Religion wurde geboren. Ich will hier gar nicht zu sehr in die Geschichte reingehen. Mir ist wichtig, dass du weißt, wir leben in einer mega spannenden, mega wichtigen, mega bedeutenden Zeit. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, sie war noch nie bedeutungsvoller als jetzt. Es geht um den Aufstieg und es hat auch sehr viel mit diesen Planeten zu tun, dass nämlich ein erhöhtes Bewusstsein jetzt ins Kollektiv immer mehr sich verwirklichen möchte. Und diese Konstellation jetzt, Saturn-Uranus aktiviert das nochmal auf einer ganz neuen Art und Weise. Übrigens, am 24. genau zur Heiligen Nacht ist diese Konstellation das dritte Mal aktiv. Das ganze Jahr über hatten wir diese Quadratkonstellation, aber das letzte Mal jetzt genau zur Weihnacht wird dieses Quadrat aktiviert. Worum geht es im Grunde? Saturn im Wassermann, Umgang mit anders denkenden Menschen. Wie verwirklichen wir Gruppenbewusstsein? Auf einer höheren Ebene geht es nämlich darum, wirklich Gruppenbewusstsein zu entfalten, dass wir immer mehr mit unserer Gruppenseele eins werden. Das heißt auch, dass wir jetzt immer mehr Menschen kennenlernen werden, die seelenverwandt sind. Auch das hat mit diesem Aspekt etwas zu tun. Dieser Aspekt hat auch genau mit diesem Thema etwas zu tun. Seelenverwandte Menschen kennenlernen. Neue Gruppen werden sich bilden. Neues Gruppenbewusstsein, dass Menschen sich bewusst werden. Im Grunde geht es um die Bestimmung der Erde. Die Bestimmung der Erde, wie ich hier schon eben angesprochen habe. Die Bestimmung der Erde, neuer Umgang mit der Erde, mit der Natur, vor allem auch mit den Tieren. Wie gehen wir mit Tieren um? Hat auch mit diesem Aspekt zu tun. Jetzt werden immer mehr Menschen zur vegetarischen, veganen Ernährungsweise überwechseln, weil sie das nicht mehr mitmachen können, was da mit unseren Brüdern und Schwestern in Form der Tiere. Die Tiere sind unsere Brüder und Schwestern. Das werden wir immer mehr erkennen. In den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahren werden die Menschen dahingehend erwachen, dass sie alle Tiere in ihr Herz schließen werden und als Brüder und Schwestern erkennen werden. Nicht nur die Menschen sind unsere Brüder und Schwestern, sondern dieses brüderliche, schwesterliche Gefühl wird auch auf alle anderen Lebewesen, mit der wir die Erde teilen, hinüberwachsen. Auch die Tiere werden wir als erkennen, als unsere Brüder und Schwestern. Wir werden anders umgehen mit den Tieren. Das Tierleid geht dem Ende entgegen. Diese dunkle Zeit für die Tiere wird jetzt in den nächsten Jahren ändern. Was auch ein Riesenthema ist, Uranus Stier, neuer Umgang mit der Erde, neue Werte werden kommen, neue Strukturen werden kommen, die ein neues Miteinander, Saturn im Wassermann, ermöglichen. Es geht auch darum, ein neues Bewusstsein für die Erde zu bekommen. Nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen, gehört zur Erde, sondern auch dieser unsichtbare Reich, die Naturgeister, die Zwerge, die Feen, die Drachen, die Einhörner, jenseitige Welten. Das wird auch jetzt im Dezember aktiviert, beziehungsweise in den nächsten Jahren wird das deutlicher hervortreten, dass immer mehr Menschen erkennen, dass die Erde multidimensional ist und dass die ganze Zeit hier Zwerge und Drachen und Feen und Einhörner auch hier auf Erden waren und dass das, was wir für Märchen halten, eine größere Wahrheit beinhaltet als die meisten Sachbücher da draußen. Ja, ein neuer Umgang mit Märchen wird stattfinden, dass wir uns immer mehr öffnen für die Märchen, weil sie sehr hohe spirituelle Wahrheiten transportieren. Die Menschen werden ein neues Märchenbewusstsein erlangen. Das ist ja genau das, was Jesus sagte. Und er, werdet wieder wie Kinder, dann öffnet sich das höchste Bewusstsein für euch, meine lieben Brüder und Schwestern. So sprach er, werdet wieder wie Kinder, öffnet euch für die Märchen, denn dort sind tiefe spirituelle Wahrheiten enthalten. Es gibt Zwerge, es gibt Feen, es gibt Drachen und genau je mehr wir uns öffnen für diese Naturgeisterwelten, desto schneller wird der Aufstieg gelingen. Denn die Naturgeister verfügen über Wissen und Kräfte, die können ruckzuck die Erde heilen. Wenn der Mensch bereit ist, mit den Naturgeistern zusammenzuwirken, werden alle Umweltprobleme gelöst werden können, in ganz kurzer Zeit. Übrigens eine andere Gruppe geistiger Wesen, die uns dabei helfen werden. Und da kommen wir zu diesem Wassermann-Pool, was auch ein Riesenthema ist in diesem Jahr gewesen. Öffnen für außerirdisches Bewusstsein, öffnen für Sternenwesen. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Immer mehr Menschen werden erkennen, dass sehr viele außerirdische, positive außerirdische, positive Sternenwesen um die Erde stationiert sind. Und sie werden Botschaften empfangen, sie werden Kontakte, echte Kontakte haben. Da wird jetzt was passieren. Da ist dieser Monat, wird eine Tür geöffnet, aber in den nächsten Jahren wird richtig die Post abgehen. Die ersten Politiker hatten ja übrigens darüber gesprochen, dass es UFO-Kontakte, Sichtungen etc. gab oder gibt, seit vielen Jahren. Die haben es jetzt mittlerweile schon zugegeben dieses Jahr. Ich sage, dass da wird noch sehr viel passieren in den nächsten Jahren, dass auch wirklich Kontakte stattfinden werden, positive Kontakte. Das ist wichtig. Die allermeisten außerirdischen Wesen, die um die Erde stationiert sind, sind positiv gesinnt. Und sie erwarten nur darauf, dass die Menschen endlich im Herzen erwachen, dann werden sie sich zeigen. Je mehr die Menschen im Herzen erwachen, desto mehr werden die positiven, die lichtvollen, unsere Brüder und Schwestern, unsere Sternwesen werden sich dann immer mehr zeigen. Das wird dann eine Wende in der Geschichte der Menschheit werden. Und damit ist jederzeit zu rechnen. Da wird was in den 20er Jahren passieren. Wir haben Traumkonstellationen. Darüber werde ich dann im Jahreshoroskop 2022 mal ausführlicher sprechen. Wir haben Traumkonstellationen. Konstellationen, wie sie vorhin noch nie da waren. Es wird jetzt in den 20ern eine riesige Transformation stattfinden. Das Licht selbst der Menschheit wird erwachen. Kosmisches Selbst wird erwachen. Unser Sternen-Selbst wird erwachen. Und diese Konstellation aktiviert das Ganze. Mega spannende Zeiten. Was dich dabei unterstützen kann, habe ich schon öfters gesprochen. Gebete. Seit einigen Wochen versende ich jeden Morgen per E-Mail Gebete. Wenn du diese haben möchtest, trag dich ein. Unterhalb des Videos findest du den Link dazu. RobbyAltwein.com slash Gebete. Und ich sende dir dann jeden Morgen die Gebete völlig kostenfrei zu. Da sind viele Tausende schon eingetragen. Und Dutzende schreiben mir täglich, wie begeistert sie von den Gebeten sind. Und wie sehr sich das Leben verändert hat. Die Macht der Gebete ist etwas, was wir jetzt immer mehr erkennen werden. Das ist ein Riesenthema im Dezember. Das ist nämlich die Schütze-Energie. Der Schütze, der in den Himmel zielt. Dass wir wieder in Einklang kommen mit dem Göttlichen. Und die Gebete sind ein wundervolles Instrument dafür. Wir haben eine Vollmond-Konstellation am 19. Und die ist mega, mega spannend. Wir haben Vollmond im Schütze-Zwillinge. Also der Mond steht im Zwillinge. Vollmond im Zwilling, ganz genau genommen. Aber die Sonne steht ja halt im Schützen. Vollmond-Energie betont immer eine Achse. Und hier wird eben die Zwillinge-Schütze-Achse betont mit dem Mond im Zeichen Zwillinge. Und hier geht es darum, dass wir uns einerseits öffnen für neue Möglichkeiten. Ja, als Zwilling geht es immer um neue Möglichkeiten. Lernen, neues Wissen aufnehmen. Vielleicht erwacht ein Bewusstsein in dir, dass du tiefer in die Astrologie eintauchen willst. Weil wir haben ja auch den Jupiter im Wassermann. Und die Astrologie gehört ja zum Wassermann dazu. Jupiter, Mond, Trigon haben wir. Überhaupt auch der Schütze, der ja auch für Wissen und Weisheit offen ist und viel lernen will. Ja, die Achse Zwilling-Schütze steht ja für das Lernen und Lehren. Und diesbezüglich, wenn du interessiert bist an Astrologie, vielleicht mache ich mal was in Astrologie, mache ich mal wieder einen Astrologie-Kurs. Schreib mal rein in die Kommentare, wenn dich das interessiert, wenn du da astrologisch lernen willst. Vielleicht mache ich da mal ein paar Videos dazu. Aber da ist eben die Vollmond-Energie ideal dafür. Dieser Vollmond hat eine unglaublich starke, positive Kraft und Power, weil Sonne im Schützen einen Sextil-Aspekt zum Jupiter macht, zum Herrscher des Schützezeichens und gleichzeitig auch Mond-Jupiter. Mond-Jupiter. Jupiter steht für Positivität, steht fürs Erwachen. Bist du bereit, jetzt immer mehr in deinem wahren Selbst zu erwachen? Schreib es mal in die Kommentare hinein, weil es ist so wichtig, dass wir immer wieder dieses Commitment machen. Ich mache das mehrmals am Tag, dass ich mir bewusst mache, ich bin kosmisch, ein kosmisches Lichtwesen. Ich bin eins. Ich bin mein göttliches Selbst. Ich bin göttlich. Arbeit mit solchen Affirmationen, mit solchen Bestätigungen, wenn man es genau nimmt, sind es Gebete. Arbeite mal mit solchen Bekenntnissen immer wieder, dass du es immer wieder bestätigst. Ich bin göttlich. Ich bin ein Lichtwesen. Mein wahres Sternen-Selbst erwacht jetzt. Denn je öfter du das sagst, passiert was mit deinem Energiefeld. Deine Worte sind verbunden mit deinem Energiefeld. Die meisten Menschen reden ständig negativ oder destruktiv oder sie jammern über die Schwierigkeiten da draußen und sagen zu sich, ja, ich erlebe das ja, ich muss ja mich irgendwie mitteilen. Was sie nicht wissen, worin sie unbewusst sind, dass das, was sie sagen, einen Einfluss hat auf ihr Energiefeld. Und jedes negative Wort führt eine negative Energie ins Energiefeld hinein und der Mensch fühlt sich immer enger, immer kleiner, immer schwieriger. Besser wäre es zu schweigen, in der Stille zu sein, keine Urteile zu haben. Oder wenn wir schon reden, dann positiv. Weil positive Worte immer, immer einen positiven Einfluss auf unser Energiefeld haben. Wenn du jetzt dich dafür öffnest, überall Gutes wahrzunehmen und selbst dann auch dort, wo vielleicht erst mal gar nicht so viel Gutes zu sehen ist, sondern eher Dinge, die dir nicht gefallen. Aber wenn du lernst, immer mehr den Blick auf die guten Dinge zu richten und diese zu loben und diese zu bekennen, wird das einen positiven Effekt auf dein Energiefeld haben und du wirst immer mehr im göttlichen Selbst erwachen. Du wirst immer mehr in deinem göttlichen Selbst erwachen. Weißt du, und das bedeutet für dich immer mehr Frieden, immer mehr Liebe, immer mehr Freiheit, immer mehr Schönheit offenbart sich dir in deinem Innersten. Du wirst dich immer glücklicher fühlen. Weil alle Worte, die du sprichst, aktivieren oder blockieren dein inneres Glück. Wenn wir negativ sprechen, wird das innere Glück, die innere Glückseligkeit blockiert. Wenn wir positive Worte, nur noch positive Worte sprechen, dimmst du das Licht immer höher, immer höher, immer höher. Entweder in der Stille sein, weil auch in der Stille verbindest du dich mit dem Göttlichen oder sprech positive Worte. Je mehr du das machst, wird sich dein Energiefeld jetzt im Dezember unglaublich stark aufladen. Denn wir haben bei diesem Vollmond eine Konstellation, die wirklich magisch ist. Wir hatten ja vorhin schon diese Saturn-Uranus-Konstellation angeschaut und dieser Vollmond aktiviert das. Das war 1988. Da gab es drei Konjunktionen. Eine im Februar, die genau am Übergang stand, am kosmischen MC, und eine, die hier im Oktober 1988 genau am galaktischen Zentrum stand und hat vom galaktischen Zentrum Energienempfang. Saturn-Uranus steht im Grunde für die Erneuerung des Kollektivs. Und hier ist jetzt quasi der Aufstieg eingeleitet und der Vollmond genau drauf. Der Vollmond genau auf dieser Konstellation. Also sprich, wird diese Energie, die jetzt mit dem Aufstieg freigesetzt wurde in den späten 80ern, jetzt hier zum Vollmond noch einmal so richtig aktiviert. Es geht um Befreiung. Es geht um Erneuerung. Es geht darum, dass dein Sternen-Selbst jetzt immer mehr erwacht, dass du erkennst, ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin ein Lichtwesen, das zur Erde gegangen ist, um bei diesem Aufstiegsprozess mitzuwirken. Wenn du das fühlen kannst, schreib mal ja in die Kommentare, es ist so wichtig, dass du es immer wieder bestätigst. Weil so aktivierst du immer stärker deinen Sternen-Selbst und du erwachst aus diesem menschlichen Traum, für viele ist es ja derzeit sogar ein Albtraum, du erwachst immer mehr aus diesem Albtraum und erwachst immer mehr in deinem wahren Sein. Das ist so wichtig, dass du das immer wieder bestätigst. Dieser Vollmond aktiviert eine Energie der Befreiung, eine Energie der Erneuerung. Ich kann dir nur empfehlen, nutze Lichtwerkzeuge, um diesen Prozess zu beschleunigen. Ich habe Lichtwerkzeuge dir schon empfohlen, jetzt hier meine Meditation. Unterhalb des Videos findest du sie, ja, robbiealtwein.com slash Engelmeditation. Mit dieser Meditation mit Erzengel Michael wirst du befreit, sag ich mal, aus dieser 3D-Matrix. Ja, oder du nutzt eben, du nutzt eben diese Gebete. Die Gebete sind magisch. Gebete per E-Mail, die du jeden Morgen bekommst, wenn du sie sprichst, sie zielen auf dein Erwachen hin. Ja, dieser Vollmond hat eine unglaublich starke, positive Energie. Sonne Jupiter, Mond Jupiter, dein innerer Reichtum kann jetzt immer mehr, immer mehr erwachen. Du kannst immer mehr in deinem inneren Reichtum erwachen. Du kannst immer mehr und immer mehr in deinem höchsten Bewusstsein erwachen. Ja, Sonne Jupiter, Mond Jupiter, dass der innere König, die innere Königin erwacht. Dass du immer mehr in einem positiven, in einem Bewusstsein der Liebe, der Freude jetzt erwachst. Riesige Chance. Gleichzeitig haben wir aber auch dieses Quadrat zum Neptun. Sonne, Mond im Quadrat zu Neptun. Hat auch eine ganz starke mediale Verbindung. Also wenn du dich jetzt immer mehr öffnest für dein wahres Selbst über die Meditation, wirst du immer mehr auch deine Medialität entfalten können. Ich kann dir nur empfehlen, Arbeit mit den Engeln, Arbeit mit Meditation oder in der Meditation mit geistigen Lichtwesen. Ich persönlich liebe es, mit Sternwesen zu arbeiten, mit Naturgeistern zu arbeiten. Ich arbeite sehr viel mit Drachen zusammen, aber auch mit aufgestiegenen Meistern, mit Zwergen, mit Engeln. Das gehört zum neuen Bewusstsein der neuen Erde dazu. Die neue Erde wird geboren, ein neues Bewusstsein. Das bedeutet, wir werden uns bewusst, dass wir Menschen hier nicht alleine mit den Tieren sind, sondern dass es eben Naturgeister gibt, die die ganze Zeit hier auf Erden leben und die schon viel länger hier auf Erden sind. Nur haben wir verlernt, weil wir so sehr in den Verstand hineingegangen sind, diese Naturgeister zu sehen. Kinder sehen die teilweise noch. Deswegen lieben sie Märchen, weil sie fühlen die Wahrheit, die in den Märchen enthalten ist. Aber wir Menschen werden jetzt erwachen in diesem neuen Bewusstsein, dass wir erkennen, dass es diese Reiche, diese Wesenheiten gibt und wir werden uns öffnen und das wird einen positiven Effekt für die Menschheit ergeben, weil sie einfach angebunden sind an das Göttliche und über Wissen verfügen, das uns sehr, sehr dienlich sein wird. Gerade was jetzt der Umgang mit natürlichen Ressourcen, mit der Erde, mit der Umwelt angeht. Mega spannende Konstellationen haben wir hier zu diesem Vollmond und ich kann dir nur empfehlen, nutzt die Meditation mit den Engeln, nutzt die Zeit, weil so richtig die Post geht dann ab, Jupiter in den Fischen. Jupiter steht für Erfolg, Jupiter steht für die Bewusstseinserweiterung. Ab dem 29.12., also in den letzten Tagen des Jahres wechselt Jupiter ins Zeichen Fische über und Fische steht für Spiritualität. Wir werden jetzt im 2022er Jahr einen kleinen spirituellen oder großen spirituellen Frühling erleben, denn Jupiter steht ja immer für Fortschritt, für Erfolg, für die Bewusstseinserweiterung und wenn Jupiter ins Zeichen Fische wechselt, dann blüht die Spiritualität auf, dann blüht dein göttliches Selbst auf, dann hast du das Bedürfnis, mehr zu meditieren, mehr zu beten, mehr dich zu verbinden mit dem Göttlichen, mehr dich zu verbinden mit Mutter Erde, mehr dich zu verbinden mit den geistigen Welten, mehr dich mit Märchen zu beschäftigen, mehr mit spirituellen Themen, dich auseinanderzusetzen. Das wird am Ende des Jahres sehr, sehr stark erwachen, dieses Bedürfnis im Kollektiv, aber auch individuell, in allen Seelen quasi. Und ich kann dir nur sagen, gebe diesen Impulsen Raum, das wird dich beflügeln, das wird dein Leben befruchten, das wird dein Leben erneuern. Du wirst immer mehr in dieses Erwachen hineinkommen, das sind wirklich so magische Energien. Alle, die spirituell arbeiten, werden zum Ende des Jahres eine positive Entwicklung erleben. Sie werden, gerade wenn du auch Lichtarbeiter bist, wird das 2022er Jahr mega für dich, weil der Erfolg Jupiter kommt in die Fische, kommt in die Spiritualität hinein. Alle, die spirituell wirken, spirituell arbeiten, die eine Berufung haben, werden einen enormen, großen Schritt machen, einen riesen Sprung machen können. Ich kann dir nur empfehlen, fokussiere dich jetzt auf diese Themen. Einerseits ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst, eben für Meditation auch mal zurückzuziehen, aber andererseits auch dich von deiner Vision immer mehr leiten lassen. Dass du hier zuhörst, es ist kein Zufall. Du bist eine Lichtarbeiterin. Du bist ein Lichtarbeiter. Du bist berufen, beim Aufstieg der Erde mitzuwirken. Wenn du das fühlen kannst, schreib mal Ja in die Kommentare. Ich bin hier, um beim Aufstieg mitzuwirken. Ich bin hier, um als Lichtarbeiter, als Lichtarbeiterin tätig zu sein. Ich bin ein Lichtarbeiter, eine Lichtarbeiterin. Das ist so wichtig, wenn du das fühlst, dass du es immer wieder sagst. Und wenn du es nicht fühlst, sag es trotzdem. Weil wenn du es immer wieder sagst, wirst du es irgendwann fühlen. Denn deine Worte kreieren dein Bewusstsein. Deine Worte kreieren deine Realität. Es wirken magische Energien des Erwachens. Jupiter in den Fischen, der Neptun im eigenen Zeichen stehend, bildet dann, darauf gehen wir in dem 22er-Jahres-Video, gehe ich dann ausführlicher drauf ein. Die bilden eine Konjunktion und vereinen ihre wundervollen Kräfte. Das ist wirklich magisch. Das ist eine Traumenergie, eine romantische Energie, eine märchenhafte Energie. Es ist einfach eine ganz feine, eine liebevolle, eine friedvolle Energie, die jetzt in uns erwachen will. Die Frage ist, bist du bereit für Liebe, für Frieden, für Freude, für Erwachen? Bist du bereit für Heilung? Bist du bereit für die neue Erde, für das neue Bewusstsein? Bist du bereit, ins höchste Erwachen hineinzugehen? Das Tor ist jetzt geöffnet, ganz weit geöffnet. Und das kann in jedem Augenblick geschehen. In jedem Augenblick kann das passieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch oder schreib mir einen Kommentar. Ich habe noch ein paar Lichtwerkzeuge für dich, die ich mit dir teilen möchte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, du wirst begeistert sein von meinen Cosmic Energies. Ich mache täglich Sprachbotschaften. Kurze Sprachbotschaften, die zwischen drei Minuten oder auch mal zehn Minuten gehen, wo ich auf die aktuellen Energien eingehe und diesbezüglich auch 5-Day, 6-Day, 7-Day-Coaching einfließen lasse. Das ist im deutschsprachigen Raum einmalig, dass es sowas täglich kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Unterhalb des Videos findest du den Link. Das Ganze läuft in meinem Telegram-Account. Unterhalb des Videos findest du den Link und dann kannst du täglich Sprachbotschaften. Jeden Morgen poste ich diese. Immer gleich 8 Uhr morgens circa, sodass du gleich direkt in den Tag startest. Und wir sprechen über diese Sternenergien, Sternkonstellationen, über die Chancen, über die Energien, sprechen auch über die geistigen Gesetze, sprechen über 4D, 5D, 6D, 7D-Bewusstsein, damit du immer mehr jetzt im erhöhten Bewusstsein erwachst, weil das, dann wird sich dein Leben komplett verändern. Diesbezüglich lade ich dich auch ein, wenn du Gebete liebst, dann wirst du meine Gebete richtig genial finden. Jeden Morgen versende ich Gebete. 5 Uhr gehen die raus, direkt in dein E-Mail-Postfach. Gebete für mehr Frieden, für mehr Freude, für mehr Liebe. Unterhalb des Videos findest du den Link dazu. Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es ganz neu jetzt eine Gratis-Meditation, die ich für kurze Zeit kostenfrei zur Verfügung stelle. robbiealtwein.com slash engelmeditation findest du diese. Unterhalb dieses Videos findest du den Link. Da sind wir auch schon ans Ende angekommen. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch, schreibe einen Kommentar. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Das ist so wichtig in der neuen Zeit. Ja, folge deinem Herzen. Mach's gut. Alles Liebe. Ciao, bis bald. Und einen mega spannenden, mega wundervollen Monat. Dezember wünsche ich dir. Ja, alles Liebe. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.